Hey und herzlich willkommen. Wir gehen TF. Ich muss noch umsockeln, weil ich das volle Kanne vergessen habe und das in TF irgendwie kacke ist. Ähm... PVP raus. Ihr seid voll, oder? Ja. Ja, wir sind jetzt drin. Okay, gut. Ja, ich hab ihm geschrieben, dass du nicht volltest. Ähm... Es ist okay, es ist okay. Wieso gehen wir TF? Weil unser AT, der mit ist, unbedingt in den Skin möchte. Und er meinte, hey komm, geht TF. Und ich so, hm, das kann ich aufnehmen. Ähm... Stand back. I will take care of this path. The Russian soldiers will secure this area. You must press on. Hurry! Mal gucken, ob das was wird. Also bis jetzt sind die Sechsergruppen immer am schlimmsten gewesen bei uns. Also bei mir. Ja, nur diesmal bin ich dabei und wir sind noch TF gelaufen. Ja, ihr habt ein Dispel. Und ich bin noch TF gelaufen zu den Zeiten, als es schwer war. Aber wir haben noch zwei weitere Ketten und zwei Stoff. Das heißt, Skinrun ist richtig scheiße eigentlich. Äh, wieso? Naja, weil Platte und Leder fällt weg und Stoff ist dreimal vertreten, Get ist dreimal vertreten. Ist doch egal. Ich brauch eh nichts, ich hab den Skin. Ich hab sowohl, ich hab beide Waffenskins. Ähm... Aber da drinnen kann man doch eigentlich noch handeln, oder? Nein, wir sind doch Integreter. Doch, natürlich. Das ist, äh, 10 Minuten handelbar. Echt? Obwohl wir Integreter sind? Ja, ja. Das ist ja, äh, Indie-Trop-Kreden. Okay. Alter, fällt das Ding schnell, das ist... Indie-Trops sind ja heute mal handelbar. Naja, auf jeden Fall, früher war das nicht so. Nee, und... Es ist tatsächlicherweise so, dass, laut der Person, die jedes Video auf meinem Kanal kennt, kein TF-Video existiert. Ich war Schabel. Ja. Vielleicht noch mal getert werden. Ja, gleich doch mal. Warte, was sagt der Dude? Freies Looten für... Du hast Klee, by the way. Und was ist drinnen? Äh, das müsste aber Kleriker-Kette sein. Kleriker-Kettort-Kette. Ist egal. Kette kann jeder tragen. Kantor-Ether-Kleta. Kleta, genug. Kleri. Ja, aber das heißt, dass wir magischen Klassen nicht darauf würfeln. Ist halt komplett useless. Meiner Meinung, ne. Ist halt komplett useless, weil es die Hose ist, aber egal. Ja. Die Frage ist, ähm... First... First... Äh, mit... Normalerweise geht man immer mit, als erstes Ohr zu mir, als... Okay, okay, okay. Kann irgendwer das kurz übersetzen, was er da geschrieben wird? Äh... Ein Dissuit pro Person. Dissuit? Äh, danke sehr, das hätte ich nicht verstehen können. Des-Perso. Oh. Weißt du? Käppi kann... Was ist das? U-Tim ist französisch, ne? Ja. Wieso hab ich so niedrige Sicht? Ähm... Oh, mein... Ton von Whatsapp ist noch an. Tschüss, Whatsapp. Okay. War das was Wichtiges? War das was Wichtiges? War das was Wichtiges? War das Wichtiges? Nein. Äh... Wir halten das, wir können auch einfach durchrennen. Ah ja, genau. Ja, weil wir ja überall 60 sind. Obwohl, den letzten müssen wir machen. Oh, du Genie! Wieso? Weil man... Diesen Boss tankt man hier vorne. Der, der den tankt, hat hier vorne den Po... Nicht auf der Treppe. Unter der Treppe. Unter der Treppe. Auf der Treppe resettet er. Der hat hier vorne den Po-Boss, wo ich den hab. Und dann, sobald der Spin to Win macht, muss man nämlich... So, und jetzt muss man raus, 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 raus. I will crush you all. Heißt, er macht die AOE. Raus, da! Kann ich nicht. Du musst kein Damage währenddessen machen. Ich mach kein Damage. Er hat doch eh den... Shit. Und jetzt muss man wieder rein, der Tank muss wieder rein. Ha, das gute alte TF. Ich hab die Instance so vermisst, ich hab die damals jeden Tag gemacht. Ich weiß. Also, man hatte ja 22 Stunden Codern. Och, Leute, man... Ja, man tankt ihn nicht durch den Raum. Und ich weiß noch, wir haben die wirklich alle 22 Stunden gemacht. Das war heal-argo. Das war heal-argo. Ja, damals war ja TF noch nicht gut. Ich glaub, das Gear war so gut, also... Das Gear war schon verhältnismäßig. Was haben wir da am Arsch? Mops. Das Gear war verhältnismäßig so noch echt super. Wir können den Mob grad nicht helfen, weil der zu weit weg ist jetzt. Damals... Mob machen! Level 60. Achso, 60er Zeit, okay, ja. So, und jetzt sieht man, dass der Kantor keine Ahnung hat, wie der Boss funktioniert. Wo Tiamats Unterschlupf noch das Beste war. Ich musste raus, ich hab keinen Schaden bekommen. Ich glaub, ich war aus... Ja, ich war komplett außer hier oder nicht heute. Ich hab keine Ahnung, was da steht. Ich hab keine Ahnung, was da steht. Man hat immer erst die Mitte gemacht. Weil man eventuell beim Endboss, in Anführungszeichen, er ist halt wirklich nicht der Endboss, ähm, gewibed ist, damit man seine GK wieder ab hat bis zum Endboss. Wieso lauf ich eigentlich mit? Wieso lauf ich eigentlich mit? Ich will eh keinen Loot. Ähm... Du wolltest ein Video haben. Achja, genau, danke. Das war der Grund. Das war's! Jetzt weiß ich's wieder! Das ist so süß! Weißt du, diese Angewohnheit von früher, dass man hier vorne hingelaufen ist und sich hier erstmal Feuerrollen geschmissen hat, ne? So süß! Oh Mann. Wer hat jetzt angegriffen? Wer hat jetzt angegriffen? Okay, ja. Es waren doch nicht alle drin. Ja. Der eine steckt in der Tür. Ja. Unser Kanto. Wer hat jetzt schon mit den Kanto? Ja, aber Mantren haben wir trotzdem. So wir sind drin. Mach's ja jetzt, ich will nicht so hin. Ja, der Raum schließt dafür. Jaaaa. Achso, er ist einfach ein bisschen gewesen. Der kriegt auch was zum Loot, der braucht ja kein Loot. Ach das... Das war der, der die Gruppe angeleitet hat halt. So und jetzt darf man nicht außen drin stehen. Oh Gott. TF ist halt so langweilig. Also so geil, aber als so tot genervt. Ich werde halt komplett nicht geheilt. Also ich hab mal deutlich bessere. Obwohl, Leute, TF wurde doch nie genervt, oder? Ne. Es ist halt einfach nur das Gear. Wer braucht das? Ne. Das ist absolut nur das Gear. Ich brauche hier die ganze Zeit. TF wurde genervt, okay. Es war viel, viel schwerer, man. Echt? Ist halt so ewig hier. Ja. War eine gewisse Zeit lang nicht machbar quasi fast. Ja, ich weiß noch, aber so krass eigentlich. Ne, das ist jetzt gerade... Das war eigentlich vielmehr dem Gear geschuldet. Nur damals hattest du noch quasi dem Buff? Ich hab keine Ahnung, was da steht. Weißt du noch, damals hast du ja das einzige gute Gear aus mythisch Unterschlupf bekommen. Ja, irgendwann war's auch Gear. Ist ein Gear geschuldet, aber auch das Garten glaubt. Das... Warte mal. Also... Ich glaube, der ist richtig böse. Der kam doch. Diese Ausrastphase. Ach stimmt. Du meinst... Ja, ja, da... Oh, mein Augen ist unten. Ja, stimmt. Das war... Das war mal schlimmer, aber ich hab das nie mitbekommen. Ich als SM hab das hier schon immer gedispellt. Warte mal mitbekommen. Ne, ich mein kurz vorm Ende diese richtige... Äh, warte, wieso machen wir das? Wir können auch in die Mitte porten, wir Dummies. Und... Ah, mit dem Portal kann man ja wieder nach hinten porten. Weil ich jetzt grad... Warte! Ach, wir haben keinen Rückkehrer. Schön, dass ich jetzt hier der Sündenbock bin, ne? Danke, Akalia. Wieso sollte man nicht rushen? Es ist doch total Baby-einfach. Rechts, okay, rechts. Was, was, was? Ne, es geht darum, dass der Boss angegriffen wurde, bevor alle im Raum waren. Und das ist jetzt meine Schuld angeblich. Ah, okay. Ach komm, ist doch eh egal. Stop Rush, was, was meinst du denn damals? Stop Rush, hör auf zu rennen. Zu oft alles zu rushen. Dass, dass er Eile 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 macht. Das machen wir ja eigentlich gar nicht. Ich mach jetzt ganz Eile Eile Eile, weil jeder einfach jetzt einen Schlüsselmob alleine macht. Warum sollte man, warum sollte man das nicht? Also ich mach auf jeden Fall gleich einen Schlüsselmob alleine. Ich weiß nicht, wie es ihr macht, ob ich... Ja, ich geh auch zu einem alleine. Obwohl, die sind eigentlich ganz schön hart. Ah, ne, die Schlüsselmob sind ja nicht. Nein, die sind nicht hart. Nur die auf dem Weg da sind. Ja. Rush B, Drop. They will be, okay. Oh Gott, ist das süß. Es hat absolut Speedrun gerade. Ja, das hier ist ja lächerlich. Ja, genau. Weißt du, wer das jetzt... Ich geh links. Ich geh links. Ich geh links unten. Achso, geh ich links oben. Ich wette erst bei mir. Viel Spaß. Viel Spaß. Wie geht ihr denn jetzt hinterher? Niemand. Ach, noch irgendeiner hinten. Ach, noch ein Schabel. Ich hab ein Schabel und ein Sorg. Bei mir ist ausgesorgt. Ja. Ich hab den Kantor. Ich will den Kantor nehmen. Kann ihm einen abgeben? Ich hab den Kantor. Ich will den Kantor. Ich will den Kantor. Der Schlüssel ist eh bei uns. Ich will alleine. Der Schlüssel ist eh bei uns. Ich wette. Wette ist gut. Schwabbel, schwabbel nur. So, ich hab den Schlüssel bekommen. Was ist mit uns passiert? Okay. Ja, gut. So. Und ich hab das Solo gemacht. Bellemon zählt nicht. Ja, Support Kantor ist eh nie. Oh, was auch immer das ist. Das hat auch nicht meine Tag-Speed-Rolle drin, also von daher. Hab ich auch nicht. Er gibt M-Crit. Das ist schon mal ganz vernünftig. Ach gut, dass mein Kantor darauf reduziert. Er gibt M-Crit. Hier ist Kantor verbuggt. Das ist auch der Einzel. Das ist auch der Einzel. Das ist übrigens verbuggt, so. Wie Kino. Was, was meint ihr da? Ich hab es nicht geschafft hier rüber zu springen. Hey, wir konnten doch hier rüber springen. Huna. Dem Haus hab ich jetzt. Ah, okay. Da hab ich's. Also, wegen meiner können wir den jetzt hier auch zu zweit machen. Aber das möchte ich jetzt auch. Nee, bitte, bitte warten bis wir unten drin. Ja. Und worauf warten jetzt die beiden Kleriker hier? Die, die Urtum-Leute? RIP. Ja. Ja, ich warte oben. Ich will... Na, der Boss ist ja sowieso nur ein Akku, ne? Ja, aber ich darf ja den NPC hier schon mal losschicken. Ja, das kannst du an. Der kickt aber auch Endridge. Also das... Das war der einzige Grund, warum ich den auch nicht so alleine geschafft hab. Ja, ja, nee, ja. Ja, der kickt auch. Alleine schaffst du keinen Boss hier. Natürlich, den hier schafft man schon. Doch, doch, schaffst du. Schaffst du vor allem, als kannst du nicht gehen können. Nicht ohne Endridge. Selbst wenn du dich nicht... Als SM und als Bade müsstest du es sogar richtig einfach schaffen. Es... Lead, please. Ah, ja. Nee, gib ihm kein Lead. It's one. Target. Wofür? Gib ihm kein Lead. Wenn, dann gib mir Lead. Gib ihm kein Lead. Sonst stell dir das auf Gruppenleiter und das heißt... Ja. Kann man niemals vertrauen. Nee. Nein, dann gib mir ja nicht. Einfach ignorieren. Es ist mehr als ein Target. Also das stimmt. Außerdem kann ich auch marken. Ich hab mittlerweile auch die Marks in meiner Lust. Können wir jetzt bitte... Achso, ja. Ja, der eine ist verreckt. Ja. Das Geile ist, damals hat es ja die ganze Zeit noch Schaden bekommen. War so 300, 400. Das hat die richtig down gedraint. Jetzt alles einfach nur noch resist, resist, resist. Das ist auch gut. Oder habt ihr jetzt schon einmal Schaden bekommen von dem? Ja, man hätte den aber retten können, ne? Warum ist der denn jetzt... Nein, der ist im Fall gestorben. Ach so. Der ist direkt... Ah, okay. Und ja, wir können ruhig so... Nennen wir es mal unangenehm, mit denen schreiben. Ist ja egal, wenn die liefen. Wir haben immer noch... Äh, wir haben immer noch Schabel als Ziel zur Not. Jep. Ich krieg das auch hin. Außerdem, wir geben hier niemanden. Ich hab bis jetzt noch nichts bekommen. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, für das du wirklich heilen musst. Ja. Aber ich... Wir geben hier auch niemanden. Ich mein... Ich hab bis jetzt noch nichts bekommen. Hab ich auch nicht vor. Irgendwas zu bekommen. Ah, okay. Wartet, bis er aus dem Pasch rausgetreten ist. Was schreiben sie auf Französisch, ey? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Passt Lied. Hahaha. Einfach ignorieren. Ach, verpasst ihr grad was auf dem Server? Eigentlich nicht. Kannst mir später berichten. Obwohl, ne. Ich kann's mir später angucken. Ich wäre nebenbei Luna, wirklich. Ha! Ich kann's mir angucken nachher auf... Ist es so ein Dreier? Jep. Nice, der hat auch niemanden geblockt. Der Sock ist unten. Ja, ne. Irgendjemand verkauft hier grad Goldpakete mit 250 Millionen. Ja. Und kriegt das ihr davon verkauft? Anscheinend nicht. Aber eine mächtige Diskussion. Ich find's lustig. Ne, wenn man sich halt echt nur am Preis von... Alter, diese Garspeed, ey. Ja, das ist in den Kreisen. Geh in die Kreise rein, dann lasst du die. Es ist doch... Es ist doch... Ihr müsst den Mob da machen. Sonst bin ich durchgehend im Para. Also nicht durchgehend durchgehend, aber so gut wie immer. Macht den ab! Und wenn man so sieht, ist der Preis günstiger als AHA. Ja, natürlich. AHA, also 350. Ja, ja, okay. Heil mich halt nicht. Nee, tschüss, tschüss, tschüss. Warte, ich heil dich. Ich heil dich. Ja, der will uns einfach folgen lassen. Etakim. Ja, gerne. Ja, würfel dann alle drauf. Er würfel, 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 würfel. Okay, ich versuch's noch. Nee, aber ich will den nicht. Also, muss nicht. Okay. Stoff. Aber dann würfel ich halt jetzt auch auf Stoff, ne? Also, wenn man auf Etakim würfelt, würfel ich halt auch auf Stoff dann. Äh. Nee, also, der Etakim hat kein Skin. Also, von daher ist das nicht so schlimm. Meine Güte, der sagt mir, wie ich den Loot einstellen soll für TF. Ich bin TF gelaufen, da lag der noch in seinen Windeln rum. Ich bin TF damals mit Mitri gelaufen, lustigerweise. Äh, Jonas, du hattest mich damals in meinen allerersten TF rangezwungen. Okay. Ja. Und ich hab auch versucht, dich zu heilen. Ja. Das ist sogar teilweise auf Rolle gelaufen. Ja, ich bin's auf Rolle gelaufen. Ich hab auch der Gruppe Rollen rausgegeben. In, äh, TF hab ich ja auch so gelaufen. Schabbel nicht unter die Treppe. Warum? Nur der Tank darf unter die Treppe. Ja. Und du musst noch warten, bis alle drin sind. Nein. Denn der, der unter die Treppe, unter der Treppe steht, wird ins Skelett verwandelt. Du musst von nix erreicht, sag nix erreicht, sag nix erreicht, sag nix erreicht. Ich dachte, der, der anspricht. Nein, nein, nein. Am besten machst du das, Jonas, weil wir sind JTDs. Ja, ich, der... Oder er steht AFK und ich mach es, weil ich das kenne. Ich kenn's ja auch ne... Ich kenn's ja auch ne... Ich mach's ja mittlerweile auch jetzt. Oder ich mach's auch. Ich kenn das auch. Ja, ich, ich lauf's ja auch nicht. Huna wollte was sagen, wartet kurz. Nein. Damals war das auch ne gute Möglichkeit zum Leveln, aber das haben sie leider entfernt. Ja, damals. Damals war alles besser, Huna. Und die Skelette... Ja. Die Skelette... Ich weiß auch, wie weit hier Solo die Skelette gemacht hat, um IP zu kriegen. Ich hab sogar mal einen. Ein bisschen näher zur Treppe, bitte. In der Nähe. Ja, ich weiß. Ich bin grad so ein bisschen... Okay, so passt. Ich kann nicht stehen bleiben bei dem. Jetzt musst du ihn dispillen? Oh, der Kleriker muss ihn dispillen. Äh, muss ich den Buff? Oh, wie ging das nochmal? Ich dispill das. Okay, ich muss den Buff von ihm runter, das ist schon ne Zeit lang, ja. Du musst nach links und jetzt... Eigentlich könnte ich selber. Ich weiß, ich lauf einfach nicht. Du darfst nicht auf die Treppe laufen. Ich weiß, alles gut. Du musst nur manchmal die Mobs killen. Jetzt musst du gleich die Mobs killen. Ich weiß, ich mach das doch jetzt mittlerweile täglich. Ich will auch wieder täglich TF laufen. Ja. Komm noch mit. Mach ja auch. Das Geile ist sogar, ich hab nochmal erstmal die Stoff-Tunika bekommen, wo ich sie niemals brauche. Ich kann auch meine guten alten TF-Rollen wieder rauspacken. Ich hab die immer noch in der Post. Hey, du hast doch TF-Rollen? Ja, ich hab TF-Rollen, klar. Oh, lass uns doch mal packen, bitte. Ich hab wirklich TF-Rollen. Ich hab die damals gekauft gehabt. Hm. So wie geht's? Halt im Shop. Halt wirklich im Shop. Was? Hä? Das war mein erstes Geld, das ich aufgeladen habe, ging für TF-Rollen damals rauf. Okay. Ja, TF war damals halt nicht gut. Ey, nach 70 Runs hatte ich meine Hose hinten nicht. Und der Klick kam, mit dem ich immer gelaufen bin, irgendwie nach 150 Runs. Das Beste war, nach 90 Runs ist die Hose getroppt und jemand ohne Gold-Paket hat die bekommen. Kettenhose und das war als Stoffi. Weißt du, wir haben alle geflamed. Kelpi, das witzige vor allem, wir laufen hier, wir reden ja und Sebastian hört zu und schreibt die ganze Zeit Bullshit im Legi-Jet. Schreibt halt echt Bullshit. Ich brauche echt meine Hose. Ich brauche echt meine Hose. Ich ... ... ... ... ... Wann war es? 4.0, ne? 4.0, ja. Nee. Nee. Das war doch vorher. 4.0 ist 65. Ja. 3.0 müsste TF gewesen sein. Ja, aber ich habe nicht 3.0, ich habe 3.0 noch nicht gespielt. Ich war ja, ich war ja ein halbes Jahr, vielleicht irgendwo zwischen 3.0 war ich da. Also, aber auf jeden Fall, ähm... Ich hatte auch eine lange Zeit Pause zwischen 3.0 und 4.0. Besser gesagt, 3.9. 300 ist sogar noch untertrieben. Hm. Wieso habe ich so eine komische Sicht? Was ist das gerade für eine Einstellung, die drin ist? Naja, wenn du geh... Und das ist jetzt hier auch eigentlich einfach das Geiz, weil du halt gar nichts machen musst, so Rösschen. Du bist verpackt hier, an der Stelle hier, ne? Hier ist man rüber gesprungen. Was, wo bin ich verpackt? Hier auf der, wenn du auf der Treppe springst, ich war immer verpackt damals. Oh. Und das hier war halt damals so schwer, ne? Es musste halt immer einer verrecken. Ja, genau. Einer muss halt immer sterben, genau. Ja, oder, oder Klerik, äh, oder der, ähm, Klerik hat sich das Schild geschmissen. Also, ja. Es gab diverse... Ja. Es gab so ein oder zwei. Ja, aber... War schon hart. Also ein Templer mit, äh... Mit KS. Jemand anders hatte Akku. Ja, also es war schon möglich, aber es war sehr unangenehm. Den kannst du auch sogar direkt anläufen, ne? Der Raum schließt nicht auf. Hm. Aber wir müssen noch warten, weil der Kleriker meint. Hm. Beklerik, steh aufgau. Ja. Äh, Klerik? Ja. Möchtest du gerade ganz kurz vielleicht zwei mal Sachen, zwei oder dreimal Heels machen? Heels? Na klar. Dass wir auf den Clery verzichten. Nee. Dann hat er keinen Loot, wartet. Ja. Vor allem, es kann sein, dass der Kleriker so ein kleines M ist und, äh, meint in den API-Raum zu gehen und sich jeder API zu snacken. Und der dabei raus. Ja. Für vier Bosse sind die Drohnen schon da. Ähm. Dann stell dir einfach Loot, äh, ein. Ja. Ja genau. Aber das bringt nichts. Wenn er die Kisten geöffnet hat, sind die Kisten geöffnet. Der tut das weg. Ja. Ist halt der Weg in der Nähe, so mit Waschkotten. Obwohl, ne, die... Ist die große Kiste da? Mh, die ist erst da, wenn alle sechs Bosse gemacht sind. Ja, weil an und für sich ist nur die große Kiste interessant. Nein. Die API, das ist ja gar nichts. Du kriegst ja vielleicht... Ja. ... 600 oder 1000 API da raus. Das ist nicht viel, wenn er sowas abzieht. Ich muss es dann auf Würfeln ab Wrong stellen, ne? Nee. Würfeln ab Blau. Dann mach einfach, dann mach einfach, äh, Mach einfach Gruppenleiter-Lead. Gruppenleiter... Nein, nein, das darfst du nicht. Es geht darum, ähm, du möchtest ja ihm die Möglichkeit geben, dass jeder eine Kiste kriegt. Jeder kriegt für jeden... Also es gibt sechs kleine Kisten mit API und jeder muss looten können. Ich glaub, jeder kriegt zwei Kisten. Nein, eine Kiste. Eine. Okay. Man hat nur mehr Kisten gekriegt, wenn ich... Ich wollte. Oder man... ich wollte. Ja, genau. Das letzte Mal, dass ich TF gelaufen bin, äh... Ist sehr lange her. Schabe, du musst aus dem roten Bereich. Ich hab das eigentlich nie zugesext. Okay. Ich hab das eigentlich nie zugesext. Ich hab das eigentlich nie zugesext. Okay. Der hat's Kinn, ne? Wo ist der, der Spin? Ja, den brauchst du nicht, das Spin, echt nicht. Ich hab keinen Lust zu laufen. Wow. Okay, Ding. Kinder? Wieder Leder. Nee, schon wieder die Handschuhe. Leder vor allem, ne? Ja. Also gut, ich hab schon mal die Beine. Ich hab jetzt die Schuhe und Beine. Also, einfach nur ums zu skinnen, sieht man ganz gut aus. Wobei ich jetzt auch gerne das Moped hätte. Moped? Moped? Da meinte der Support, dass es nicht mehr droppt. Nö? Aber das glaub ich dem Support nicht. Okay. Wieso korrekt der eine so hart? Wovon kriegt denn der Damage schon nicht? Er ist runtergefallen. Was ist das denn für ein Nu? Er ist einfach runtergesprungen. Ja, möchte er jetzt auch reinkommen oder nicht? Wir sind alle da. Ja, du kannst. Jetzt. Ja, nee, er stand noch auf der Tafel. Er hat dich nicht gesehen gehabt, sorry. Ah, AFK da. Schau mal das, bitte. Willen soll ich gucken? Die sind AFK. Wer ist AFK? Ah, der Gantor zum Beispiel. Schau dir das an. Nein, mach schon, Pascal. Ja, solange er... Ach, nichts. ...Mantren und alles... Nicht ins Gravity-Feld. Raus da, raus da, raus da, raus da. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Doch, du stirbst. Doch, es macht immer noch Schaden. Es macht dir instant irgendwie... Nein. 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 Die 3.000... Die 3.000 wäre kein Problem, aber am Ende kam noch irgendwas. Ja, das ist das Gravity-Feld. Das macht das. Da darf man nicht drinstehen. Egal, was du drauf hast, du verreckst. Nein, da war noch irgendwas anderes. Nein, nein, nein. Das war nicht das andere. Das war nicht das Pizza-Dreieck. Echt nicht. Nee, das wäre dann eine Kombination aus beidem. Aber... Er ist doch auf blau und höher. Stimmt doch. Ja. AP ist doch grün. Ja, klar. AP ist grün. Ja, es ist schon der richtige Loot. Was ist denn jetzt dessen Problem? Wieso hat er jetzt die ganze Zeit rumgezählert? Das ist auch mein Ding, weil er kein Lied hat. Dass er alles bekommt. Ja, garantiert wollte er es auf Lieder plündern stellen. Ja, na klar. Also wäre mir auch egal gewesen. Ich meine, hier ist ja... Das ist ja keine AP. Nee, eben nicht. Aber geht hier ums Prinzip. Er öffnet auch direkt die Tour. Er öffnet auch die... Alter, ich war nicht drinnen. Ja. Kann ich... Ah, okay, ich krieg trotzdem die Protection Coin. Okay. Ja, er hat heute die Medaillen jetzt bekommen. Ja, die Petra-Medaillen. Ja, komm. Ja, egal. Er kommt jetzt auf meine Blockliste. So. Ja, deine ultimative Blockliste von Leuten von anderen Zaubern. Naja, sie können sich nicht mehr bei mir bewerben. Das ist rechtlich. So. Da ist noch eine Kiste. Du musst deine Kiste looten. Ich hab keine. Ich könnte haben. Soll ich haben? Darf ja. Nice. Darüber hat man sich früher tatsächlich gefreut. Absolut. Das war ne richtig nette Geste damals. Ich hab nur eine... Ich hab nur eine Kiste jetzt grad bekommen. Ja, es hat auch nur jede eine Kiste außer ich, weil ich jetzt schnell genug war. Jo. So und hier mit... Aber was konnte man denn nochmal kaufen? Ja, du kannst hier dich mit der Statue verwandeln lassen. Ach, der auch, der hat die Fee. Na, kann man mehr. Ähm, Mounts. Du konntest, ähm... Also das Mount, das ist aber eigentlich ganz schön schlecht. Aber ist besser als gar keins. Ähm, ist halt langsamer als das Drop-Mount von hier. Das ist nämlich das hier. Ist das drittbeste in-game erhaltbare Mount. Abschreiben die... Oh mein Gott. Da kriegst du auch die Skins her. Nee, das ist ein anderer Skin. Echt? Also der goldene Tiamat-Schlüssel von gerade hatte keinen Skin. Und guck dir jetzt mal den Schlüssel von dem Skin jetzt hier an. Äh, bei mir wird da keiner angezeigt. Keine Ahnung. Also, ich kann dir mal sagen, an all die... Von den Leuten, die das Video sehen, die der französischen Sprache mächtig sind. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das übersetzen. Ich hab keine Ahnung, was da steht. Das sieht aus nach blablabla, baguette, blablabla. Ich kann kein Französisch. Ich hatte damals in Französisch in der Klausur eine Sechs. Ich hab es nur ein halbes Jahr gemacht. Und es stand bei mir später noch nicht mal mehr auf, äh, auf dem Zeugnis, weil ich halt nie hingegangen bin, weil die Sprache war nicht für mich. War eine freiwillige Drittsprache. Bin da nicht mehr hingegangen. So. Das war auf jeden Fall TF. Ich kann euch sagen, früher war das ein Zeitaufwand von ein bis zwei Stunden. Also nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und es war tatsächlich ja, weiß ich, schwierig. Aber allein vom Design her ist es eine viel schönere Instanz als alle aktuellen. Ich weiß nicht, es war einfach schwer für das aktuelle Gear zu dem Zeitpunkt. Und es wurde schwerer dadurch, als damals eingeführt wurde, dass du maximal 50% resisten kannst. Damals konntest du mit einem Emris Gear bei Tabata einfach stehen. Oder war doch Tabata? Ja, mit dem Folgen. Konntest du einfach stehen und konntest weiterhieren. Du hast da halt keinen Schaden bekommen, wurde es nicht unterbrochen. Alternativ brauchst du einen Konzentrationshut. Aber gut, wer hat das schon? Ähm, und jetzt hast du halt 50%, den du resistest. Boah, damals dann, jetzt kommt ja auch noch irgendwie Level-Zeug dazu und keine Ahnung. So, ich würde auf jeden Fall sagen, das war TF. Eine schöne alte Instanz. Ich kenne es ja vom Raxan-Video, dass es mal gerne gesehen wird. Raxan habe ich jetzt mal hier verlinkt. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Video.